Ich grüße euch meine Freunde, wir kommen zum nächsten Part von Outlast, Outlast, Outlast und wir sind jetzt noch tiefer in der Kanalisation und es ist, was ist das da? Ach ne kaputte Lampe. Und es ist noch dunkler und hier hängen überall Tote und da geht es nicht weiter. Und der springt mir jetzt gleich ins Gesicht wahrscheinlich. Nein. Aber der? Nein, auch nicht. Oh Mann! Du blöder Dampf! Die! Ja genau, füge mir noch Schaden zu. Alles klar. Und hier kann ich gleich wieder hoch. Oh. Hallo. Hallo. Ich will da runter? Aber da geht es nicht weiter. Verdammt nochmal. Über die. Ich finde ja einen Weg aus der Kanalisation. Scheiße. Hört sich vielversprechend an. Speichern ist immer gut. Das könnte ja auch als Gefängnis dienen. WTF? Was ist denn da los? Hallo? Huh? 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 Ich kann dir sagen, wir sind das gleiche. Du wirst noch wissen, dass es echt ist. Der Doktor ist tot, du kennst das, oder? Der Doktor Vernecke. Wenn er stirbt, bevor er hier überhaupt angefangen hat. Welchen Experimenten macht ein totes Doktor vor einem lebendigen Patienten? Das ist die Frage. Was? Komm her. So, ich benutze mal ihren Hinterausgang. Ihren Ausgang. Ist besser. Blut. Male Board, Female Board. Ach, ich... Gehen wir erstmal zu den Frauen. Können wir nicht durch, oder was? Hm. Okay. Dann müssen wir zu den Männern. Komisch aber, dass hier... Oh. Hallo. Ich wollte sagen... Komisch, dass hier keine Frauen rumlaufen. Dass hier nur Männer in dieser Anstalt waren anscheinend. Ich meine nicht... Nicht, dass mich das stören würde, aber... Das ist komisch. Gedärme. Extremitäten. Alles da. Entschuldigung. Handy-Vibration. Ach, schon wieder. Entschuldigung. Wutf. 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 Holy shit. Einfach da rein. Dann ist alles gut. Bis jetzt. Seht man nix. Oh man. Ich muss ja mal ein bisschen Batterie sparen. Ich kann halt alles verprassen hier. Ähm. Fuck. Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Okay, hier ist zu. Erstmal Batterie wechseln. Hallo. Hier ist der Mann aus der Kanalisation. Oh. 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 Oh nein. Gehen. Dann bin ich lieber oben in der Psychiatrie, bevor ich... Hier... Super. Sehr gut. Die Augen leuchten noch. Also es bin nicht ich, der so atmet, ne? Muss ich hier gleich mal... Shit. Ja, ja. Du lebst nur. Scheiße, schwimmt da was im Wasser. Warum ist es jetzt auf einmal so ruhig? Ich will hier einfach... Kein Problem. Bisschen schwimmen. Und dann... Oh crap. Und dann will ich hier eigentlich... ganz schnell... wieder raus. Weil... ich hier ziemlich... Schiss hab. Ganz ehrlich. Ich muss die Batterie... auffüllen. Ich hab... absolut keine Ahnung. Shit. Shit. Da ist irgendwo... der Typ. Oh fuck da. Das... Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte lass mich. Bitte, 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 bitte... Bitte, 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 bitte bitte. Bitte bitte, bitte bitte, 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 bitte. Oh Shit. Hoffentlich kommt der mir jetzt entgegen. Lasst mich einfach bitte 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 bitte... BITTE BITTE! Uhhh! Uhh! Hoch, hoch, hoch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! blöder Penner Männerumkleide was? Was ist jetzt los? Was wirst du? Was? Was alter? Hä? Was war denn das jetzt? Ich soll zurückgehen. Ja, ich würde gern, aber ich muss hier lang. Ich bräuchte jetzt dann auch mal eine Batterie. Ja, wo geht's mir hier noch überall zu? Umkleide bitte. Da läuft schon wieder einer. Hallo? Warte, war das nicht der von vorhin? Ah, okay. Eigentlich blöd, weil hier laufen bestimmt viele so rum. Was? Ich hab bloß ein Riesenproblem, wenn mir wirklich mal die Batterie ausgeht. Weil ich hab keine Lust hier im stockdunklen... Was ist jetzt los? Also, sorry für die Lags irgendwie. Ich weiß grad auch nicht. Was so los ist. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Schieb! Schieb! Gut. Na toll. Ach, hallo. Ist das denn die Batterie für mich? Nein. Oh Mann. Da. Auch nett. Was? Fingers first, then balls, then conk. Ja, Alter, ich fliehen möchte, dass so tief dringend ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit... ...Methode. Achso. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet, der gibt Anweisungen. Hm. Du tust mir leid. Ah, ich schreit's erstmal dahinter. Oh. Das ist gar nicht gut. Ich... ...gehe jetzt mal da lang. Okay. Was... ...is hier los? Ich find das gar nicht schön. Ja, muss ich jetzt da noch näher hin, oder was? Ja, komm. Wie? Batterie erstmal hier. Ja. Toll. Und jetzt? Bam. Hä? Hallo, Freund? Ich tu dir einfach nix und du tust mir nix. Dann sind wir alle... ...alle zufrieden. Hm. Okay. Oh. Ja. Komm, spring mich... ...hast irgend so'n Ding hier an. Ich bin froh, dass ich so lieb, wenn ich bin. Okay. Mhm. Ich lass euch, ihr lasst mich. Gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh. Tür zu Fuck Fuck, 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 fuck Könnt mich alle Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nein, hier gibt's nix Shit, Alter Oh nein, jetzt haben sie die gefunden Fuck, 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 fuck Tür zu Aaaaaah Also in aller Aufregung muss ich sagen Super geil gemacht Hier mit verbarrikadieren und alles Echt cool Holy moly Naja, scheiße, und jetzt? Ah Ich lauf jetzt einfach mal hier lang Was wollt ihr alle? Alter, macht's mir nicht fertig Der Maul Hier blühen Penner Ich hab's geschafft Hier nicht Puh Was? Oh shit, oh shit Jetzt aber raus Oh shit Oben drüber, oben drüber, oben drüber Lauf, 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 lauf Da lang Tür zu Oh Gott Schnell zu Irgendwer hilft mir Oh shit, oh shit Holy Oh man Ich hab' doch gedacht, der Priest ist freaky. Okay, hier haben wir ein paar Legen in der Fahrt. Ich hab' ein kleines Konfab und blablabla. Ich hab' doch gedacht, der Priest ist freaky. Okay, hier haben wir ein paar Legen in der Fahrt. Schreck. Oha, Null, da geht's raus. Geh raus. Geh' an, ich bin hier. Geh' an, rauf! Ich bin in, Null. Nein? Alles klar. Hey, leck' mich. Okay, dann, gleich hier. Hm, 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 hm. Fuck. 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 I won't put it in that tongue to any use anyway. Just like told her, it's just time to look in my own scans. Pfff, nackig! Ähm... Genau... Alter, die haben mir was gespritzt! Komm näher, du! Komm näher! Oh... Ich bin ein bisschen... Wunsch... Es ist unabstandbar, wenn man Angst hat. Es ist zu tun, wenn man Angst hat. Gott ist mit der Gäste. Wir sind auf eine mehr konkrete Fähigkeit. Man muss Gott verabschieden, und es gibt keinen anderen Weg. Mörder ist die einfachste Sache. But what happens when all the money is gone? All the money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Thank you. Oh shit. You paying attention? Don't pass that on me. It's so fun for you to absorb. Oh. Shit. You're right now, right? There's an OEGQ. We made the consumer to the means of production. This thing is going to sell itself. Come. I'm able to do it. gut so, lass alles raus ok, wir haben Bekanntschaft mit dem Dr. Freaky gemacht Dr. Ein Auge, was auch immer und wir haben jetzt mal einen Finger verloren, zwei Finger und dann kommen die Eier, wie es auf diesem Zettel hier stand und damit ist dieser Part abgeschlossen, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst ein paar Däumchen da oder so, ein bisschen Feedback und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und danke fürs Zusehen, Tschüssi!